Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorträge mit Verstand. Servus mit Blade, was geht? Das riecht nach OP. Wir haben heute einen OP-Termin. Wir haben in Frankfurt einen OP-Termin. Wir sollen in der Elbe-Straße eine Frau operieren. Eine Frau soll operieren. Not-OP. Dann haben wir uns schon vorbereitet mit Handschuhen. Europäer. Und Blade, du bist für mich ein faszinierender Mensch, von dem ich höchsten Respekt habe. Du bist ein geheimnisvoller Typ. Man nennt ihn auch den Straßenpriester. Den Straßenpriester. Los. Lauschen wir deiner Predigt. Was gibt's heute zu sagen? Lauschen wir deiner Predigt. Der Sonntagsmesser am Bahnhof. Applacola bappt. Kennst du bappt? Der Sonntagsmesse. Sonntagsmesse. Hier, guck mal. Du brauchst nicht Urlaub zu gehen. Grundstimmung. Ich brauch meine Brudis. Hier, bei mir. Warum ist die Grundstimmung in den letzten Tagen so aggressiv hier? Was passiert, Bladey? Haben die Frauen ihren Fallschirm ausgefuckt oder was? Die wollen doch mehr. Bladey, gib doch mal einen kleinen Schuck von dem Applacola hier. Guck mal, ich mach nochmal Ergasmus. Gehst du Ergasmus? King Ergasmus. Ja. Wollen wir mal spielen lassen? Du bist King, Bladey, Pooh. Und du bist Faute. Plaute. Ich bin dein, dein Komplize. Wir gehen rein und raus und halt die Schnauze. Alle pissen sich in die Hose, nur wir ziehen die Scheiße durch. Halt die Fresse, Jan! Wir sind souverän. Guck mal. Wir sind souverän nochmal. Alles im Griff. Ey, gib ihm einen Klotz. Wir sind always on point. Ich geb dir keinen Klotz, wir geben zusammen anderen Klotz. Wir sind always on point. Wir sind always on point. Ja, ey, guck mal. Ey, die Bremse. Du wirst eine scheiß Bremse, weißt du das? Du wirst noch im Boxen, du fucking Vogel. Zum Wohl. Zum Wohl. Hey, erst mal fragen, ob du aufnimmst. Kostest du Geld jetzt so was? Ey, guck mal. Kostest du Geld? Ja. Ja, ich will Geld davon haben, wenn ich mit meinem Gesicht zu sehen bin. Ey. Warte. Ja, dann musst du erst mal, dann musst du erst mal, bevor du Geld kriegst, musst du erst mal einen Vortrag, einen Vortrag mit Verstand bringen. Ich hab schon gelesen. Ja, ich hab schon gelesen. Ja, 8000 Euro. Ja, ich sei ein Wunderbar. Ja, ich sei ein Wunderbar. Und dann sagst du, hast kein Geld. Was? 8000 Euro? Ja, ja, schon total. Na ja, du siehst doch bei deinem Glücksel ist zu viel. Was sagst du, so scheiß Kanäle, die haben mich da geguckt. Die haben mich da geguckt. Ja, pass auf. Ja, ich mach Popo. Ja. Jungs. Hallo. Ist ihr für uns für den Straßenpriester eine kleine Spende? Für den Straßenpriester. Das ist meine Straßendose. Schweinepriester. Das ist unser Geld. Ja, komm. Für die OP. Für die Not-OP. Ja, komm. Für die Not-OP. Wir müssen ein Herz rausholen. Und es einpflanzen bei dir. Du brauchst ein zweites Herz. Ich hab zwei Herzen. Du brauchst einen zweiten Seiteneingang. Ich hab einen Plan. Wir holen uns eine Flasche Worte im Rewe. Fahren nach Wixhausen zum Daniel hoch. Und haben ein Taxi nach Frankfurt. Und dann nehmen wir die noch auf dem Fahrrad mit. Weil die brauchen wir als Krankenschwester. Krankenschwester. Ganz wichtig. Halt ein. Nicht Kackermachen in Wurz. Okay? Chefarzt braucht keine Schwester. Hallo. In Darmstadt schwebt heute eine steife Brise. Nord-Ost-Wind. Jetzt kommt alle. Tschüss. Ich geh auf den Platz. Der Anker ist gelichtet. Und das Schiff ist bereit, los zu segeln. Es ist Showtime. Das ist unser Film. Verstehst du das? Du bist ein verdammte Mann. Warte, warte, ganz kurz. Du musst doch jemanden grüßen. Also Plauze. Sean Stiller. Sean Stiller. Blade. Ich bin auch ab und zu mal blöd. Das macht Bock. Weißt du, warum? Blade, noch eine kurze Frage. Viele fragen mich, wo wäschst du deine Klamotten, dass du so gut riechst immer? Wo wäschst du die Klamotten? Die riechen jedes Mal wie frisch aus dem... Wie frisch aus... Wenn du meine... Wie frischer Alpenduch. Baaah! Bitte. Entschuldigung. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit deinem Vortrag mit Verstand. Bei meinem YouTube-Channel und Dr. Blade. Bis dahin, alles Gute. Haut rein. Ciao. Richtig Finger. Tschüss. Tschüss. Tschüss.